Mach das auf keinen Fall! Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Lotta von Mission Triathlon und ich verrate dir heute sieben sehr häufige Fehler im Triathlon und wie du sie vermeiden kannst. Oftmals ist es ja so, wenn man irgendeine neue Sache anfängt, dann weiß man noch nicht so richtig, wie der Hase läuft und macht dementsprechend viel verkehrt am Anfang. Und nach einer Weile merkt man dann, ah okay, das und das hätte ich am Anfang besser machen können. Das Triathlon-Training ist nun aber eine sehr komplexe Sache und da gibt es viele Möglichkeiten, etwas falsch zu machen. Deshalb geht es leider nicht nur Rookies so, dass sie grundsätzliche Dinge einfach verkehrt machen, sondern auch manchmal Leuten, die schon ein bisschen länger im Triathlon sind. Damit dir das auf keinen Fall passiert, kommen hier die sieben typischen Fehler und ganz viele Möglichkeiten, wie du das Ganze vermeiden und besser machen kannst. Fehler Nummer 1. Das Trainingspensum wird zu schnell gesteigert. Klingt nach einem Anfängerfehler, passiert aber auch langjährigen Athletinnen und Athleten, die möglicherweise sogar schon auf eine Langdistanz trainieren. Klar kann man sich zu Beginn sehr viel schneller verkalkulieren. Man weiß noch nicht so genau, wie ist mein Fitnessstand, passt das Training zu dem, was ich eigentlich imstande bin zu leisten und dementsprechend übernimmt man sich schnell. Demgegenüber hat man natürlich Vorteile, wenn man bereits viermal pro Woche Lauftraining gemacht hat, Marathon erfahren ist und neu in den Sport reinkommt. Dann ist der Körper schon einiges gewohnt und kann dementsprechend auch mehr aushalten. Trotzdem passiert es immer wieder, dass man die Einheiten in ihrer Länge und in ihrer Intensität und auch in ihrer Dichte, also wie viele Einheiten man pro Woche macht, ein bisschen unterschätzt. Das geht manchmal ein paar Tage, ein paar Wochen, vielleicht sogar Monate gut und dann kann es sein, dass ein Einbruch passiert. Das liegt meistens daran, dass unser Herz-Kreislauf-System sich ziemlich schnell anpasst an eine hohe Trainingsbelastung. Aber unser Körper besteht nun mal leider nicht nur aus Adern, Lungen und Herz, sondern auch noch aus Muskeln, aus Knochen, Sehnen, Bändern und dem Ganzen drum und dran. Und vor allem dieser passive Bewegungsapparat braucht relativ lange, sechsmal so lange wie der Rest des Körpers, um sich dran zu gewöhnen, wenn man plötzlich das Trainingspensum steigert. Deshalb merkt dir die Faustregel Nummer eins. Du solltest von Woche zu Woche maximal 10% steigern. Und zwar heißt das nicht 10% mehr in jeder Einheit, sondern 10% insgesamt. Und das ist sogar schon relativ hoch gegriffen. Manche warnen sogar davor und sagen, die 10%-Regel ist zu großzügig und provoziert sogar Verletzungen. Das heißt, wenn du weißt, du bist verletzungsanfällig, dann lieber ein bisschen weniger steigern. Wirklich nur minimale Steps von Woche zu Woche. Du wirst über die Monate, über die Jahre eine Entwicklung sehen und vor allem kontinuierlich weiter trainieren können. Und das ist der Schlüssel zum Erfolg. Jetzt kommen wir aber erstmal zu Fehler Nummer zwei. Die Regeneration wird vernachlässigt. Hier handelt es sich nicht um böse Absicht, sondern meistens um Unwissenheit. Gerade Anfänger tappen sehr schnell in die Falle, dass sie ein bisschen übermotiviert sind, weil sie ja auch Erfolge sehen und denken, wow, das macht richtig viel Spaß. Dann kommt dazu noch der Gedanke, viel hilft viel. Wenn ich jetzt eine Menge trainiere, dann kann ich auch im Wettkampf viel reißen. Das ist aber leider zu kurz gedacht. Denn der Körper braucht Pausen, um zu wachsen. Klingt ein bisschen paradox, ist aber so. Der Körper braucht einfach Zeit, beispielsweise um deine Glykogenspeicher wiederzufüllen oder auch um beschädigte Muskeln wieder zu reparieren. Deshalb ist es notwendig, dass du nach einer Einheit eine gewisse Zeit verstreichen lässt, um wieder bereit zu sein für ein neues Training. Wenn du nonstop immer wieder neue Trainingsreize setzt, hat der Körper gar keine Möglichkeit, sich daran anzupassen. Und dann kann es eben passieren, dass dein Immunsystem oder dein Hormonhaushalt aus dem Gleichgewicht kommen. Wichtig zu beachten ist hier außerdem, dass das Alter und das Geschlecht eine große Rolle dabei spielen, wie lange du regenerieren musst nach einer Einheit. Natürlich auch dein derzeitiger Fitnesszustand. Zusätzlich kann auch der Alltag rund um das Training sehr viel Stress verursachen und dementsprechend die Regeneration verzögern. Wenn du dir unsicher bist, wie lange du von einem bis zum nächsten Training warten solltest, dann empfiehlt sich natürlich die Zusammenarbeit mit einer Triathlon-Trainerin oder einem Coach, die dir mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Ein kleiner Tipp noch am Rande. Für die Regeneration ist Schlaf übrigens das aller allerbeste Mittel. Es ist kostenlos und in dieser Zeit kann dein Körper die Energiereserven am allerschnellsten wieder auffüllen. Kommen wir zu Fehler Nummer drei. Es wird ständig nur geballert. Okay, eins vorweg, ballern macht natürlich Spaß. Ballern ist innen und es sieht auch noch so aus, als ob man ziemlich krass drauf wäre. Also alles Gründe, die diese Trainingsmethode sehr attraktiv machen. Und es entwickelt natürlich auch so eine gewisse Eigendynamik. Man hat natürlich Bock, Bestzeiten aufzustellen und das macht Spaß, jedes Mal noch ein bisschen draufzulegen und vielleicht auch den anderen zu zeigen, was man da erreicht hat. Durch Social Media entsteht natürlich ein gewisser Zugzwang oder so ein Sog, dass man immer höher, schneller und weiter will. Gegen dosiertes Ballern ist nichts einzuwenden, aber permanent all out zu gehen geht relativ schnell in die Hose. Vor allem Anfänger werden das merken, dass da bald das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Wenn du andauernd Sprints und Intervalle und Tempotrainings machst, dann machst du dich eigentlich nur kaputt. Und das Problem ist, die Qualität deiner Einheiten sinkt kontinuierlich. Dann kannst du irgendwann die Pace nicht mehr halten, dann hast du irgendwann die Kraft nicht mehr. Wer ständig ballert, erreicht irgendwann nur noch das gefährliche Mittelmaß. Und das ist bekanntlich der Bereich, in dem man eigentlich nicht vorankommt, sondern nur noch stagniert. Daher hier die Erinnerung an das gute alte Grundlagentraining, an die Bays, wo der Puls in einem sehr, sehr niedrigen Bereich liegt. Wenn du darin 80% deines Trainings absolvierst und 20% Spitzen setzt mit hochintensiven Intervallen und Sprints, dann hast du die richtige Mischung, um wirklich voranzukommen. So wird sich deine Leistung kontinuierlich weiterentwickeln. Sehr viel besser, als wenn du ständig nur ballerst. Wir sind jetzt schon bei Fehler Nummer 4. Es gibt keinen passenden Trainingsplan. Eigentlich ist das die Ursache allen Übels und alle bereits genannten Probleme sind darauf zurückzuführen, dass der Trainingsplan einfach entweder gar nicht vorhanden ist oder nicht zu dem passt, was du eigentlich brauchst. Meistens scheitert das Ganze nämlich daran, dass man zu oft, zu lange, zu schnell und zu viel trainiert. Und das alles in der Kombination dann dazu führt, dass man entweder verletzt ist oder krank oder beides. Auf jeden Fall gibt es keine positive Leistungsentwicklung. Natürlich ist es im Triathlon ein bisschen schwieriger, einen guten Trainingsplan zu finden. Als Läuferin oder Läufer findet man im Netz sogar relativ viele kostenlose Pläne, wo man einfach mal reinschnuppern kann und das eventuell auch an sein Leistungsniveau anpassen. Aber im Triathlon gibt es ja drei Disziplinen und noch ziemlich viel Know-how drumherum. Bei einem guten Trainingsplan müssen also nicht nur die drei Disziplinen berücksichtigt werden, sondern auch unterschiedliche Intensitäten und Anforderungen der Sportarten. Das Ganze ist dann ziemlich individuell abhängig von deinem Fitnessstand und auch von deinen körperlichen Voraussetzungen. Manchmal hat man ja auch gewisse Einschränkungen, Krankheiten oder einen sehr fordernden Job. Alles das spielt in einem guten Trainingsplan eine Rolle. Zudem sollte der Trainingsplan natürlich auch zu deinem Ziel passen. Wenn dein Hauptwettkampf in den Bergen stattfindet, macht es nicht so viel Sinn, nur im Flachen zu trainieren. Um einen gut durchdachten Trainingsplan zu bekommen, musst du dich entweder sehr, sehr viel belesen oder tausend YouTube-Videos schauen oder jemanden konsultieren, der sich damit wirklich auskennt. Noch besser ist es natürlich, wenn du deine Leistungsdaten mal im Labor erfassen lässt oder einen Feldtest machst, damit du immer auch mit den richtigen Werten trainierst. Also keine so leichte Angelegenheit. Man kann hier eine Menge falsch machen oder sehr, sehr viel Zeit investieren. Wenn du dir das sparen möchtest, empfehlen wir dir einen professionellen Trainingsplan und die Zusammenarbeit mit einem Coach oder einer Trainerin. Fehler Nummer 5. Das Stubby- und Krafttraining wird vernachlässigt. Ich weiß, es ist eine alte Leier. Den meisten macht Stubby- und Krafttraining nicht allzu viel Spaß, denn sie möchten lieber 24-7 an der frischen Luft nadeln, schwimmen oder laufen. Aber Stubby- und Krafttraining ist aus mehreren Gründen unabdinglich. Ich möchte dir hier nur mal drei nennen. Erstens hilft es dir, deinen Halteapparat zu stärken. Das bedeutet, dass du zum Beispiel beim Halbmarathon oder Marathon nicht Zentimeter für Zentimeter einsinkst und immer kleiner wirst, sondern durch eine gute Rumpfmuskulatur die aufrechte Haltung beibehalten kannst. Gleiches gilt natürlich auch fürs Schwimmtraining. Auch hier ist es notwendig, dass du im Bauch und Rücken genügend Spannung erzeugen kannst, damit die Wasserlage auch gut ist. Zweitens können durch Kraft- und Stubby-Training Verletzungen vermieden werden. Die Muskeln, die deine Knorpel, Knochen, Sehnen, Bänder und Gelenke umgeben, sind so eine Art natürlicher Schutz. Und je stärker die sind, umso mehr können die eben auch abfangen, wenn es dann doch mal brenzlig wird. Außerdem erhöht sich durch das Krafttraining deine Knochendichte und es kommt seltener zu einem Bruch. Drittens kann dir das Krafttraining auch helfen, deine Performance zu verbessern. Das zeigt sich am besten beim Radfahren. Wenn du genügend Kraft in den Oberschenkeln hast, dann kommst du mit jeder Umdrehung, mit jedem Tritt in die Kurbel ein bisschen weiter voran. Und relativ gesehen verbrauchst du sogar nicht so viel Energie, wie wenn du kein Krafttraining gewohnt wärst. Das hier sind nur drei Argumente, warum es Sinn macht, das nicht zu vernachlässigen. Und keine Panik, du wirst nicht sofort zu Arnold Schwarzenegger mutieren, wenn du ab und zu mal eine Handel anguckst. Beim Krafttraining im Triathlon geht es eher darum, die Connection zwischen deinem zentralen Nervensystem und deinen Muskeln herzustellen. Das heißt, du baust keine Muskelberge auf, sondern die Muskeln können besser auf die Befehle aus dem Gehirn reagieren und werden effizienter. Die Zeit, die du ins Krafttraining investierst, ist gut angelegt, besser als wenn du noch eine extra Ausdauereinheit dranhängst. Denn so kannst du auf die Dauer mit mehr Spaß, mit weniger Schmerzen, bessere Leistung erbringen. Fehler Nummer 6. Es wird mehr auf teures Material als auf vernünftiges Training gesetzt. Vielleicht kennst du ja den alten Spruch, Carbon statt Kondition. Da wurde sich darüber lustig gemacht, dass Leute mit sehr, sehr leichten Fahrradrahmen natürlich den Berg schneller hochkommen, aber eigentlich nicht so stark sind, wie diejenigen, die das Ganze mit einem Stahlrahmen machen. Heutzutage gibt es nicht mehr so viele Stahlrahmen zu kaufen und Carbon ist eigentlich quasi der Standard. Hier geht es eher um besonders aerodynamische Helme, Laufräder oder sehr, sehr leichte Flaschenhalter, die man sich doch ab und zu mal leisten möchte. Klar macht das Spaß und motiviert zum Training und hilft einem vielleicht auch ein paar Watt zu sparen und dementsprechend schneller voranzukommen. Aber an manchen Stellen macht das High-End-Equipment einfach gar keinen Sinn. Beispielsweise, wenn du bei einer Sprintdistanz mit 1000 Höhenmetern auf dem Triathlonrad antanzt. Da werden dich wahrscheinlich die meisten Leute auf dem Rennrad überholen. Dementsprechend investiere dein Geld mit Köpfchen. Häufig liegt noch mehr Potenzial in der Leistungsentwicklung, die du zum Beispiel durch Ernährung, Regeneration oder eben einen vernünftigen Trainingsplan erreichen kannst. Und letzten Endes sitzt die Maschine immer oben. Das schönste und leichteste Fahrrad kommt nicht voran, wenn du nicht in die Pedale trittst. Also konzentrier dich auf das Wesentliche, das Training und unterstütze das mit gutem Equipment, wenn es deiner Leistung entspricht. Last but not least Tipp Nummer 7. Die Ernährung passt nicht zu deinem Training. Selbstverständlich brauchen wir genügend Energie und sollten eine gute Grundlage schaffen, damit wir in unseren Trainingseinheiten auch wirklich was reißen können. Auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder Möglichkeiten, durch die Ernährung gewisse Trainingsreize zu setzen. Das ist so ein kleiner Spagat. Prinzipiell geht es bei der Ernährung im Triathlon darum, zur richtigen Zeit, in der richtigen Menge, das Richtige zu essen. Beispielsweise solltest du vor einer Einheit schon überlegen, wie intensiv die ist, welche Verpflegung du brauchst, wie viel Flüssigkeit du zu dir nehmen möchtest und das dann eben dementsprechend auch vorbereiten. Schließlich betankst du ja dein Auto auch nicht erst im Nachhinein, sondern sorgst vor der Spritztour dafür, dass du genügend Sprit hast. Wenn du vor der 5-Stunden-Radeinheit nur einen Salat isst, dann geht das vermutlich in die Hose, denn gerade bei intensiven oder langen Einheiten oder auch bei Wettkämpfen brauchst du schnell verfügbare Energie in Form von Kohlenhydraten. Bei Grundlageneinheiten ist das wiederum nicht so wichtig. Trotzdem solltest du auch hier auf eine vernünftige Nachbereitung achten und beispielsweise Protein und auch langkettige Kohlenhydrate zu dir nehmen. Genauso wichtig wie Eis, Snickers, Cola, Kuchen oder Gels bei den intensiven Einheiten sind, sind aber auch die Ballaststoffe, die Vitamine und die Mineralstoffe in der Basisernährung. Selbstverständlich ist das harte Training kein Freifahrtschein dafür, dass du nur noch Tiefkühl, Pizza und Junkfood in dich hineinstopfen kannst. Auch hier solltest du natürlich vernünftig sein, das richtige Maß kennen und das Ganze ausgewogen angehen. Da das für viele schon eine Religion oder mindestens eine Wissenschaft ist, kann man auch hier nicht immer alles richtig machen. Wenn du dir unsicher bist, such dir einen Ernährungsexperten und hol dir Unterstützung. Das waren jetzt meine sieben Tipps fürs Triathlon-Training beziehungsweise die Fehler und wie du sie vermeiden kannst. Wie du gemerkt hast, ist es gar nicht so einfach, die zu umschiffen. Man kann doch eine ganze Menge verkehrt machen, aber wenn es einfach wäre, würde es ja auch jeder hinkriegen. Und du weißt ja jetzt Bescheid. Du kennst die Tipps und kannst sie hoffentlich in Zukunft auch umsetzen. Ich wünsche dir jedenfalls ganz viel Erfolg in deinem Training. Und wenn dir dieses Video gefallen und weitergeholfen hat, dann gib uns doch ein positives Feedback, ein Like, ein Abo oder einen netten Kommentar. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mir schreibst und wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin!